Mich würde mal interessieren, was ist euer Favourite YouTuber quasi, Fitness YouTuber Meiner auf jeden Fall Christian Guzman der ja seit einer Weile ungefähr seine eigene oder seit kürzen seine eigene Kermottenmarke rausgebracht hat die obergeil ist, finde ich vor allem das Shirt, was er gerade anhat, in diesem goldenen den ziehe ich mir echt gerne rein also er führt echt ein Leben glaube ich, was sehr viele, ich sag es einfach mal Fitness YouTuber gerne führen würden jeden Tag irgendwie was Neues immer ein Action, immer Business, immer Sport große Kooperation auch hier mit Steve Cook, also kann ich echt nur jedem empfehlen, der ihn noch nicht kennt Englischsprache, ich komme aus Texas Team Muscle Hammer auch immer mit am Start neuen Stringer von den Jungs dabei was geht ab meine Freunde und willkommen zurück im Chaos ja heute ist es echt ein Chaos bei mir in der Küche und ich verstecke es mal heute nicht heute, was steht eigentlich heute an bevor ihr abschaltet heute geht es auf jeden Fall, heute Abend geht es ins Brusttraining ich habe heute ein paar Stunden zu Hause und noch mal eine kurze Zeit draußen was zu tun also nun muss noch mal kurz los der Tag ist aber heute relativ, sag ich mal, Arbeitstag, arbeitstechnisch kurz heute Abend geht es an das Brusttraining und dann besucht mich ein guter Freund, der war schon mal in einer meiner Videos, der Chris wir nennen ihn immer Nachbar, weil er in unserer Nachbarschaft wohnt und damals vom guten Kollegen quasi über ihm wohnte und es hieß immer der Nachbar und so habe ich ihn noch in meinem Handy eingespeitert, unser Nachbar ja und dann machen wir uns ein richtig geiles Rinderfilet das nehme ich natürlich auf ich kann kein gutes Fleisch zubereiten, bin ich ganz ehrlich deshalb habe ich ihn da zur Hilfe mitgenommen er ist echt so ein Gourmetkoch, muss man sagen er hat eine extra heftige, teure Pfanne letztens gekauft wo er wirklich drüber, also wirklich schwärmt und ja, ich gehe das Ganze später mal einkaufen er muss arbeiten bis 17 Uhr, dann gehen wir zusammen ins Gym das nehme ich natürlich alles auf und danach wird gekocht das wird also, ihr wird natürlich live dabei ich weiß nicht, ob es ihm gefällt aber ich glaube, er hat auch wenig dagegen aber es wird interessant für die Leute, die wirklich, sag ich mal, Probleme haben so wie ich, rotes Fleisch zuzubereiten weil ich traue mich nicht ich habe Angst, wenn ich so ein teures Filetstück kaufe, dass ich das versemmel und es dann nach Fuß schmeckt also nach zähem Fuß ja, hier nochmal meine Küche hier ist gerade komplett Chaos ausgebrochen ich habe manchmal so Phasen da will ich einfach ein bisschen Ordnung schaffen hier habe ich so eine kleine Kammer da steht auch so ein bisschen Alkohol von damals wenn ich mich Freunde besuche, kriege ich immer mal was zugesteckt also es bleibt immer was über, dann steht das da rum wie ihr wisst, wie ihr mitbekommen aber ich trinke eigentlich sehr, 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 sehr selten ja, das sind meine Kammern da hinten sind keine Knödel sondern das sind vertrocknete Blätter vor meinem Gelbbaum hier und der Posca Cake ist auch hier wieder am Brötsel es war alles voller Tüten ich habe quasi drei Tüten voll mit Tüten und ich habe gesagt, wozu brauchst du die alle? hier ein paar lasse ich mir da ich habe noch da hinter der Tür welche ich denke, das reicht also hier sauge ich gleich mal durch dass hier ein bisschen Ordnung reinkommt Waschmaschine läuft auch Müll muss auch dringend ausgeleert werden hier sieht es auch aus wie ja, als ob eine Bombe explodiert ist also abwaschen muss ich auch noch ja, wischen etc und ich habe mir ihr habt das ja vielleicht also die meisten kommen ja sage ich mal ganz ehrlich bestimmt die kennen den Fitness Oscar die haben seine Videos bestimmt gesehen ich war ja mit dem Fitness Oscar das habt ihr auch auf Snapchat sehen können im Neumünster Outlet Store einkaufen und habe mir unter anderem eine richtig geile Pfanne zugelegt eine Gebrauchsanweisung, sehr geil und zwar von Sillit ich sage mal Köche oder ja, Personen die sich ein bisschen mit Haushalt, Küchenhaushalt beschäftigen die kennen die Marke das Besondere an dieser Pfanne die kann man bis 400 Grad erhitzen was ja bei sehr vielen eigentlich untersagt ist weil ja die Beschichtung sich ändert und die Pfanne sich mit der Zeit verformt hier ist es aber wirklich so bis 400 Gramm die ist relativ tief hat trotzdem 28 Zentimeter wie meine anderen das heißt da kann ich richtig geile fette Portion zubereiten also große Portion und sie ist so beschichtet dass man eigentlich kein Öl braucht also man kann ohne Öl zubereiten und ihr glaubt es nicht was sie gekostet hat die kostet normalerweise normalerweise hier Outlet Preis also der Outlet Preis ist schon 44,95 hier so und da haben die haben die die reduziert aufgrund dessen weil da neue Geschäfte reinkommen und es hieß halt dass überall nochmal zusätzlich reduziert wurde 29,95 und darauf gab es dann nochmal 10% das heißt nochmal knapp 3 Euro abgezogen das ist oberkrass für so eine Pfanne also wenn ihr bedenkt das ist der Outlet Preis das heißt da kommt noch bestimmt ich sag mal 30% kommen da mindestens drauf das wäre quasi der klassische Kaufpreis wenn man die jetzt sagen wir mal im normalen Handel kaufen würde ich bin gespannt ich werde damit mal erstens zubereiten vielleicht sogar heute später und ja dann berichte ich mal wie gut die wirklich ist ob man die empfehlen kann und gibt es bestimmt auch bei Amazon bestimmt nicht für den Preis aber ich packe sie euch gerne mal dann als Link in die Beschreibung nachdem ich hier getestet habe und vielleicht steht das auch heute an ja ich mache hier wie gesagt ein bisschen Klarschiff frühstücke jetzt erstmal setze mich dann an den Rechner muss ein paar Dinge erledigen oh Mensch ich kann das Chaos selber gar nicht sehen das ist ein bisschen grausam normalerweise würde ich sowas nie auf Kamera zeigen und ja dann schalte ich später nochmal rein glaube ich wenn es zum Mittagessen ansteht ich habe das jetzt mal nicht gefilmt ich bin jetzt losgefahren und war bei ja wo war ich wo war ich ihr könnt das raten also mittlerweile komme ich mir selber blöd vor das jedes Mal von der Kamera zu erwähnen aber es ist mein Leben New Saigon auf dem hinteren Parkplatz gerade ja gab es wieder das tägliche was ich sonst immer esse Nummer 32 falls ihr mal hier seid Jahresstraße ist das der Ort nennt sich hier Kampnagel also Winterhude Stadtteil und 32 mit Hintchen Gemüse Cashewnüssen und dreimal Reis und jetzt fahre ich nochmal kurz genau ich hatte nochmal zwei Termine fahre jetzt nochmal kurz auf den Termin und dann düse ich zum Einkaufen denn heute Abend kommt ja der Chris zu mir der Nachbar und dann machen wir richtig geiles Fleisch so ich war jetzt einkaufen oh Gott das fällt ja alles zur Nauner war bei Raff das ist ein Bramfield Metzger hab da Rinderfilet gekauft für 500 Gramm 24 Euro also knapp 25 Euro 50 Euro das Kilogramm sehr geil schönes Rinderfilet das mache ich mir mit Chris nach dem Sport dann natürlich Eier Bananen denn meine Bananen waren leer Bananen brauche ich immer Fleisch Hintchenbrustfilet Rapsöl Rapsöl für diese Pfanne denn in dieser Pfanne sollte man auf jeden Fall so oder so sollte man aufpassen mit Olivenöl damit das nicht zu sehr erhitzt wird und Kokosnussöl soll wohl in der Pfanne nicht genutzt werden da die zwar trotzdem relativ ja wie sagt man ich habe ja gesagt bei der eigentlich kein Fett braucht im Fall des Falles aber wurde mir gesagt Rapsöl nutzen auf jeden Fall damit die auch erhalten bleibt wegen der weil das so eine spezielle Beschichtung ist Cashewkerne Natur belassen natürlich dann habe ich mir nochmal ein Kilogramm Reis geholt Naturreis hier warum Naturreis eigentlich relativ simpel denn ich habe jetzt vieles nachgelesen und auch eigene Erfahrungen aus eigener Erfahrung her kann ich sagen dass Naturreis zwar etwas teurer ist der kocht auch länger der braucht etwas mehr Wasser aber der ist besser verträglich für den Magen Naturreis das ist tatsächlich so dann hier nochmal Bio Dinkel Natur Drink Gewürzgurken heute zum Fleisch nochmal ein paar klein schnibbelt und meine heißgeliebten Bären sehr geil sind schon echt sind schon nass muss ich mal rein tun meine heißgeliebten ja meine Bärenmischung war im Kaufland war ich genau im Kaufland das tue ich jetzt mal hier rein und dann packe ich meine Sachen denn der Chris ist auch gleich schon ja auf dem Weg also er macht gerade Feierabend Mensch bin ich braun oder sieht das nur so aus ähm genau also der Chris oh Gott ja ich wollte ja nicht zwei Dachen auf einmal machen oh shit oh shit das hört sich nicht gut an so dann schalte ich mal ab bevor mir jetzt mein Tiefkühle gleich kaputt geht und dann sehen wir uns gleich dem Gym Freunde so was ist da los äh wir haben uns jetzt aufgewärmt zehn Minuten auch ein Cross-Trainer Mr. Crissing und ich und ich fange jetzt mal ein Bankdrücken an also ein bisschen paar Sätze aufwärmen und äh Rotator-Manschette wie ihr es von mir kennt und also ja ich mache vier Brustübungen eigentlich so wie die letzten Trainings Einheiten die ich mir abgeführt habe auch und dann Leute da ist ein Fleck auf der Linse ja und dann schalte ich später nochmal rein ein ein das ist schalte ich und dann das ist ein das ist das ist das ist Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.